Hallo, willkommen zurück bei Janni spielt Landmark. Ich zeige euch mal was. Mein Dach ist fertig. Und eine Treppe. Und das Terrassengelehen habe ich euch schon gezeigt. Ja, mein Dach ist fertig. Von dem ihr noch nicht mal wusstet, dass ich es angefangen habe. Aber da konnte ich nicht aufnehmen. Das heißt, ich konnte aufnehmen, aber nicht reden dabei. Und deshalb habe ich es einfach aufgenommen. Und ich hänge das dann hinten dran. Im Schnellvorlauf, damit ihr das alles sehen könnt, wie das vonstatten ging. Also ich finde, das ist ziemlich gut gelungen. Ich habe es jetzt oben flach gemacht. Ein Schornstein fehlt auch noch, aber meine Güte. Möbel habe ich mir gemacht. Und sogar Brot gebacken. Den Kaminen kennt ihr schon. Lampen habe ich noch aufgehängt. Die Decke eingezogen. Oh, da ist ein Fehler drin. Gleich mal wegmachen. Anmalen. Picker ist alt. Und anmalen. So langsam habe ich es raus. So, die Fenster sind drin. Ganz so langsam. Türen fehlen vielleicht noch. Hier für das Geländer muss ich mir noch einfallen. Die Treppe bräuchte auch noch ein Geländer. Aber es sieht doch schon super aus. Ich habe gesagt, wie ich das gemacht habe. Im Bau hänge ich hintendran. Mehr habe ich glaube ich auch nicht gemacht. Das war schon beim letzten Mal. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Hier qualmt es immer noch. Ja, schade. Auch noch eine Tür. Gut. In der Zwischenzeit, während ihr euch das Video anschaut, gehe ich mal ein paar Pflanzen sammeln. Weil für die ganzen Dekos, auch die Weihnachtsdekos und so, brauche ich ganz viele Pflanzenfasern. Und ich habe keine mehr. Also gehe ich jetzt mal sammeln. Ihr schaut euch den Bau an. Den Dachbau und die Möbel und sowas. Und zum Schluss melde ich mich dann nochmal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, nicht über die Tür. Über die Tür vielleicht. Komm. So. Die Sternchen. So, und jetzt habe ich noch eine Zuckerstange. Und die würde ich gerne hier dranhängen. Ist aber sehr groß. Ein bisschen kleiner machen. Monster Zuckerstange. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen genauer gucken. Die ist falsch rum. Umdrehen. Ein Stück nach hinten schieben. So, ein Stück noch. Und schieben. Passt das so? Ja. Zuckerstange. Sehr schön. Und diese komischen Kugeln, was immer das sein soll. Hier eins hin. Und da eins hin. So, neben dem Eingang macht sich das gut. Das steht ein bisschen in der Wand. Besser. Perfekt ist es noch nicht. Ich muss noch ein Stück nach rechts. Ein paar Tische fehlen mir noch. Ich glaube, das mit dem Badezimmer hier ist schon eine gute Idee. Ich weiß zwar nicht, wie groß die Armaturen sind, aber das sollte doch reichen. Dann schaue ich noch mal gerade, was ich da für ein Material brauche. So, da. So, das sind Möbel, nehme ich mal an. Die ist weit unten. Da. Badewanne. Gold, Kupfer und Stein. Hier kann ich sogar schon kraften. Mach ich das doch. Waschbecken. Auch Gold, Kupfer. Und die Toilette. Hey, kann ich alles drei kraften? Das ist cool. So. Und dann gibt es noch. Einen Teppich dazu, damit es nicht so kalt ist. Das war aber wieder bei Dekoration. Noch ziemlich weit unten. Ich reichte jetzt noch. Den Sachen, die ich gesammelt habe. Und finden muss ich es auch noch lieber nach den Kissen. Gemälde. Und die Gemälde. Nee, das war mal da oben. Ah, da. Genau. Kleinen runden Teppich. Was gab es da noch? Ich habe da gar nicht zu Ende geschaut. Glas. Seile. Wenn Seile. Ketten. Und Haken. Und dann kommen schon Bäume. Den Garten kümmere ich mich ein anderes Mal. Jetzt noch nicht. Okay. Dann ist alles ready für den Badbau, würde ich mal sagen. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Das dürfte ja relativ schnell gehen. Fenster. Bad mit Fenster. Ach, warum nicht? Mache ich das hier einfach zu und mache hier das Bad rein. Ja, das wird nett. Und okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.